Willkommen zu Splatoon Online, heute spielen wir den Parafoliator, was jetzt passt. Jetzt muss es hier passen, hoffe dass es passt. Jetzt habe ich ein Brackerleggen. Ah, ja. Okay, das passt. Das ist mal ein Moräentürm. Das ist ganz in Ordnung. Dann können sie spielen. Wir müssen es mit der Waffe. Die Waffe passt nicht ganz zu den Moräentürmen. Das sind vielleicht die nächste Waffe, die wir testen werden. Bis jetzt habe ich in jedem Park bis auf den zweiten Park mit meiner Waffe gespielt. Und deswegen, bis der ja im nächsten Park kommt, meine Waffe, welche das erfahrt, dann bin ich im nächsten Park einschaut. Es ist wahrscheinlich nicht mehr. Aber, was kommt von der Seite, habt ihr den? Oder ist der hier ein bisschen wie schnell, der müsste der haben, laut am Fenestash, der da ist. Guck, ja, wo sind wir jetzt hin? So wie drüben. Wir haben mich nicht. Ja, was habe ich für ein Blüter? Ja, geil. Ich lag mich da durch. Ja, okay. So. Jetzt gehen wir mal hier durch. Ja. Oh, oh no. Ja. Okay. So. So. Hatte mich eh. Schauen wir mich jetzt was verstellt. Naja, müssen wir gucken. Und jetzt? Gehen wir hier lang? Okay. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Wie hab ich das gemacht? Wir gehen down. Okay, das hat jetzt da. Irgendwas. Naja, dann müssen wir das endlich ansehen. Aber müsste noch passen, denn normalerweise bin ich etwas lauter, oder bin ich genauso laut? Ich weiß ja nicht, deswegen da müssen wir mal gucken. Ja, das passt mir irgendwie nicht, aber ja, wenn ihr mich hört, ist es gut. Ist es besser? Ne. Wir machen auf jeden Fall Alltag. So, und hier bin ich wieder. Ja, jetzt mal gucken. Ja, das passt. Hier können wir vielleicht ein bisschen genau gehen rüber, oder? Ja, das müsste so passen. Und der Sniper hat nicht bekommen. Das war nicht gut. Oh, okay, ja. Jetzt muss ich es gut machen, aber ich könnte... ...ne, das passt. Jetzt müsste alles passen. Jetzt mal eindrechnen lassen. Jetzt nicht sangenerische Farbe. Deswegen bin ich ja auch stehengeblieben. Und jetzt... Mal gucken. ja genau er ist klar klar dass er mich jetzt bekommen jetzt ist es nicht so gut aber gut was will ich denn sehen kann ich eh nichts tun jetzt ich drauf jetzt kriegt mich der hier ne doch nicht aber der hinterher wird mich kriegen deswegen ich muss hier weg ich setze mal die Regenwolter rein die sollen in die Richtung gehen nicht klappt auch einigermaßen ok da bin ich jetzt auch gegangen aber ja was wir jetzt schon machen so und jetzt jetzt gehen wir in den Detail wir setzen da mal einen Sprinkler rein um den Gegner wegzumachen das haben wir geschafft aber wir haben es nicht gut genug gemacht ja naja wir sind jetzt auch zu lange gegangen aber was ist denn wir führen nichts ich sehe gerade ich muss doch stimmen jetzt komme ich hier hinüber ja ja es kommt sogar hier hinüber gehe aber jetzt ich bin schon nicht down die Reichweite das war ah der Kofi Klexa ok jetzt schon eine grundliche Reichweite ja darf man nicht unterschätzen wird die Reichweite dann ist ganz gut unterschätzt kommen wir zu in die Richtung Sniper down machen wir eine Regenwolke bringen wir noch ein paar Wunke aber den Kill schaffe ich nicht mehr aber ja und ja nicht ganz hat nicht gereicht aber ja so jetzt auch fehlt noch einiges für das nächste Levy dann gucken wir wie viele Punkte ich im nächsten Kampf mache so so weiter geht's ok jetzt ist mein blau ok jetzt ist mein schon ich glaube ich eigentlich ist meine die die heller blau noch doch ja warum zu dir ja 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 hier in der Regenwolke versuch's mal mal gucken ob hier jemand ist hier ist gar keiner okay Ja, das war doof, das war doof, ok, hier müssen noch eine Reion, ich bin jetzt nicht oder so, warum mache ich das, da hinten war noch ein Gegner, ok, hier stehen, da hinten, ich denke, wir verlieren das, ja, komm, komm, ok, den Sprinkler, oh, alles mal so schlechte Taktik von ihm, gefällt mir, ok, so, jetzt, wir gucken, Batterieleistung ist, ja, dort werden wir rauschen, 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 ach komm schon, das gibt's noch nicht, das gibt's noch nicht, die drüben ist safe, ja, oder auch nicht, aber, zu gut, nach Hause hab ich jetzt nicht jemanden gesehen, deswegen, zu leicht, jetzt noch nicht, den hab ich, sieht gut aus, hier können wir einen Sprinkler setzen, können wir nicht, hier, den Gegner schnapp ich hier nicht, weil dafür bin ich einfach zu schlecht, jetzt ist es raus, ok, jetzt kommen wir zum Ende der Gemischung, das müssten wir verloren haben, ja, das haben wir verloren, ok, aber immerhin mehr Punkte, ja, immerhin das, ok, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Splatoon Online, ciao.